Wenn sich ein Körper im Kreis bewegen soll, so muss eine Kraft da sein, die ihn auf der Kreisbahn hält, ansonsten fliegt er geradlinig weiter. Diese Kräfte wirken nicht nur im Alltag, z.B. auf einem Karussell, sondern sie halten auch die Planeten auf ihren Bahnen. Hallo und willkommen zu Basiswissen Physik. Unser Thema heute ist Kreisbewegung und Gravitation. Die Erde bewegt sich auf einer Kreisbahn um die Sonne. Der Abstand von der Sonne beträgt eine astronomische Einheit, das sind 150 Millionen Kilometer. Die Umlaufdauer beträgt ein Jahr, das sind 365,25 Tage. Berechnen Sie aus diesen Angaben die Masse der Sonne. Wenn Sie ein Objekt auf einer Kreisbahn bewegen soll, so muss eine Kraft wirken, eine sogenannte Zentripedalkraft. Die Kraft greift an dem Objekt an und hat die Richtung zum Mittelpunkt des Kreises. Die Zentripedalkraft hängt ab von der Masse des Körpers, der rotiert, von seiner Winkelgeschwindigkeit Omega und vom Radius des Kreises. Die Winkelgeschwindigkeit Omega ergibt sich aus der Umlaufzeit T nach dieser Beziehung. Wenn wir die beiden Gleichungen kombinieren, erhalten wir die Zentripedalkraft ist Masse mal 4pi² r durch t². Die Kraft zwischen Erde und Sonne wird durch das Gravitationsgesetz beschrieben. Wenn wir zwei Körper der Masse m1 und m2 haben, so wirkt zwischen diesen beiden Körpern eine anziehende Kraft, die wir mit dem Gravitationsgesetz berechnen können. Die Kraft ergibt sich als Produkt der beiden Massen, dividiert durch ihren Abstand im Quadrat mal der Gravitationskonstante. Diese beiden Kugeln sind übrigens nicht maßstäblich für Erde und Sonne. Tatsächlich hat die Erde einen Radius, der nur etwa 1,5 des Radius der Sonne entspricht. Also wenn das die Sonne ist, ist dieser Stecknadelkopf hier die Erde. Auch der Abstand dieser beiden Körper ist nicht maßstäblich. Der Stecknadelkopf müsste einen Abstand von etwa 7 Meter von dieser Kugel haben, damit die Relation stimmt. Die Erde durchläuft eine stabile Kreisbahn, das heißt die Zentripedalkraft und die Gravitationskraft sind gleich. Sie sehen, dass die Masse der Erde, Me, sich aus dieser Gleichung herauskürzt. Wir können nach der Masse der Sonne auflösen und erhalten nach Einsätzen aller Größen eine Masse von 2 mal 10 hoch 30 kg. Das bedeutet auch, dass die Umlaufzeit der Planeten nur vom Abstand von der Sonne abhängt, nicht aber von deren Masse. Jeder Gegenstand, der den gleichen Abstand von der Sonne hat wie die Erde, rotiert um die Sonne in genau einem Jahr. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.